Unbemerkt zu bleiben. Machen wir einfach nach. Ja, wer soll den Dat machen? Okay, es ist wichtig hier, immer unbemerkt zu bleiben. Das heißt, ein bisschen unter die Leute zu mischen, nichts Verdächtiges machen, wie zum Beispiel Rennen. In der Bank drin ist es wichtig. Wenn zum Beispiel durch so ein Ding hier läufst, macht es so einen Ton. Genau. Aber wenn du hier drin bist, bist du nicht in das Geist, weil du musst dich als Bankmitarbeiter verkleiden in manchen Gebieten. Das machst du, indem du diesen Bankmitarbeiter einfach mal K.O. haust und dann seine Kleidung anziehst. Okay, mach ich auch mal. Verstehst du? Ja. Ja. Genau. So, und wenn du hier wieder rausgehst, Ja, nimm dir einfach mit, okay. Wenn du hier wieder rausgehst, bist du wieder nicht, äh, bist du wieder falsch ein. Äh. Ich hab den Hausmeister erschossen. Okay, boah, wir hier draußen sind wir wieder nicht richtig das Geist. Sehr schön. Das ist ein Bambi. Sehr schön. Du darfst ihn behalten, Bambi. Juppi. Hallo, Herr Hausmeister. Womit war Herr Hausmeister, was machen sie dort? So, jetzt hat Hans keine Ahnung, wer ich bin. Und das muss auch so bleiben. Bambi, wo bist du? Bambi, komm hierher. Bambi. 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 Ja. Bambi hier. Genau. Ich drücke mir diesen Hausmeister dort ein. Ich sag mal. Erektion 2, das ist für mich das ganz Wichtige. Stehlen. Da gibt's zum Beispiel hier diesen Schmuck. Wenn wir diese Glasvitrine zerbrechen, keine Sorge, jetzt muss der Hausmeister nachher alles aufräumen. Stehlen. Wenn wir etwas gestohlen haben, haben wir eine Moneybag auf dem Rücken. Die sehen die Korps und Köpchen, die sind speziell, verstehst du? Deshalb müssen wir damit aufpassen. So, Bambi. Bambi, wo bist du hin? Bambi, du hast den Hausmeister getötet. Egal. Bambi, bleib, Bambi. Bambi, bleib hier, bleib hier. Hier, sehnst du wollt. Hin. Genau. Hau dir einfach mal eine Aua. Gemeins!